Lustige Witze in 3, 2, 1, los! Weni wie die Violini. Ich kam, sah und vergeigte. Mir ist soeben ein Joghurt aus der Hand gefallen. Er war nicht mehr haltbar. Irgend so ein Idiot im Fitnesscenter hat gerade seine Wasserflasche in die Pringles-Halterung am Laufband gestellt. Wenn man sich seine Bewerbung vor dem Abschicken nochmal durchliest und sich dabei denkt, so wäre ich wirklich gerne. Meine Freundin ist heute nicht da. Endlich mal wieder Zeit, ein Buch zu lesen. Seite 1, Pizza Margarita, 650. Ich will ja nicht sagen, dass du langweilig bist, aber wärst du ein Gewürz, dann wärst du Mehl. Wusstet ihr, dass ich bin die gleiche Tonlage hat wie behindert? Probier's mal aus. Die Jungen gehen mit der Zeit, die Alten gehen mit der Zeit. Motorkontrollleuchte ist angegangen. Nach ausführlicher Recherche in Google ist sicher, mein Auto hat Krebs. Einmal bitte laut auf Englisch vorlesen. Hau, ab, du, hai, nie. Habe heute bei meiner Freundin übernachtet, aber ihr Vater hatte was dagegen, dass wir zusammenschlafen. Schade, ich mag ihn sehr. Immer die Suche nach dem Telefon, wenn es klingelt. Man sollte ein Kabel erfinden, damit es immer an derselben Stelle ist. Eben lief ein Parfüm mit ein bisschen Frau an mir vorbei. Und Schatz, hab ich gut eingeparkt? Ja, nicht schlecht. Komm, nehmen wir uns ein Taxi bis zum Bordstein. Jesus beim letzten Abendmahl teilt das Brot. Das ist mein Leib. Schenkt Wein ein. Das ist mein Blut. Öffnet Mario. Judas, okay, ich muss ihn stoppen. Denkt ihr, dass Krebse glauben, dass Fische fliegen können? Meine Schuhe sind weg. Waren da Schnürsenkel dran? Ja, dann sind die auch weg. Ich hasse Leute, die sagen, schlaf doch einfach, wenn das Baby schläft. Klar, dann koche ich auch einfach, wenn das Baby kocht und räume auf, wenn das Baby aufräumt. Guter Sex hört sich an wie Flipflops beim Rennen. Don't drink and drive. Just sauf and lauf. Sag mal, wie alt bist denn du? Anfang ranzig. Meine Frau hat behauptet, dass ich pädophil wäre. Ganz schön frech für eine 9-Jährige. Yeah, wenn ihr links klickt, kommt ihr auf die letzte Folge und wenn ihr rechts auf das Logo klickt, könnt ihr diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Denn brandneue lustige Witze gibt es jeden Freitag um 17 Uhr. Jeder liebt Witze und jeder liebt es zu lachen. Also empfehlt doch diesen Kanal einfach mal an einen Freund weiter. Haut raus, bis nächste Woche.